Heute möchte ich einen großen Park im Zentrum Wiens besuchen, den Augarten. Auf dem Deck dorthin komme ich an einem Markt vorbei und an einem Blumenfenster mit selbstgezogenen Ananas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Augarten stehen noch zwei Flagsturme als Krieg Relikt, aber der Park ist bei den Wiener sehr beliebt wegen seiner Weitläufigkeit unter gepflegten Grünflächen. Was zum Essen? Im Augarten